Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vorrangige Aufgabe ist, dass alle Ziele auszuschalten Na dann Stummgewehr markiert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kannst du nicht, wie der normale Mensch auch die Türen nutzen? Musst du immer das Fenster springen? Ja, Karglas repariert, Karglas tauscht aus Oh! Oh ja! Ja, Kev! Nur mal kurz zur Erklärung, Kev Die gelben Kisten, da ist immer normales Zeug drin Solche orangenen Kisten hier ist meistens ziemlich gutes Loot drin Weiße Kisten hat meistens immer, findest du in Festungen, die haben viel Kohle drin Okay Festung sind die Gebäude mit diesen gelben Totenkopf-Flaggen drauf Oben drauf, oder? Ich hab's oben drauf Hm, ich kann nicht raus hier Das Team hat die Sicherheitszone beträgt Was kann dein Charakter wohl machen? An dem Zaun Okay, da Ich hab's oben drauf Ich hab's oben drauf Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der Gulasch. Das ist der Gulasch. Das ist der Gulasch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Wir schicken dich zurück zur Basis. Das war's für heute. 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 Das war's. Wallywally Okay. Da unten ist eine offene Tür. Da waren auf jeden Fall Leute. Das ist nur die Frage, wohin sind sie gegangen? Ja. Festungen lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Das Gas kommt. Feindliche Drohne über uns. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Tschüss. Wer bin ich und was mache ich hier? Dein Job. Und was ist das? Schuss! wenn die hier gegner begegnen das könnten auch bot sein dann war das gerade in bord ich dachte ich hätte einen erwischt ich habe einen umgekündigt aber gegner war hier ist ein gutes gewehr bestimmt oder nee das war ein gegner okay ja stimmt ich sehe es ja 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 lege hier munition ab gefällt dir mein großes langes ding das kleine ding da da sind welche wo da hinten in diese richtung das gas nähert sich erreiche die neue sicherheitszone feinliche drohne aktiv So ist ein feinlicher LKW. Mist. Hast du dich erwischt, ja? Nein, ich wollte den Raketenwerfer erwischen, aber ich war nicht schnell genug. Mein ich ja. Also vorne von mir, klar, irgendwo. Ich habe Ihren Scharfschützen erledigt. Von wohin? Von der Brücke. Von der Brücke hinter dir. Hinter dir. Brücke oben. Ja. 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 Ich hasse es. Das war sogar der Reifen weg. Das war die Beine, dass wir eine angehebtes bekommen. Da ist der. Mist Die sind da noch Scheiße Gesehen habe ich ihn Ich wollte die jetzt weggefrischen, aber haben es bemerkt Die sind sogar zu zweit Ja, der eine war auch down, aber ich habe den Präsentionsluftschat nicht richtig in deren Richtung setzen können Mh Fert deine Laufsternate! Fert deine Sternate! Einer von euch sollte bald sterben Sonst sterbt ihr alle! Betäubung ist Sternate gewollt! Fert deine Sternate! Ja, 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 gut! Er hat ein paar Hits gekriegt, der Gefängniswächter! Pass auf, der ist bei dir auf der Seite! Kommt auf dir zu! Das ist der Gefängniswächter, das ist kein Spieler! Ich weiß! Hab ich doch gerade gesagt! Ich hab gesagt, ein paar Hits hat er gekriegt, aber nicht, ähm, ne, nicht entscheidend! Ja, das war's! Zurück zur Basis mit dir! Zeit abgelaufen, der andere hat sich versteckt! Der Feind hat uns geschlagen! Aber wir kommen zurück und beenden es! Was? Clever gemacht! Und die Katja? Kev? Ja? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, clever gemacht! Na gut, ich mach aber erstmal ne Pause, ich meld mich dann vielleicht nochmal, ne? Okay! Ich muss mal was essen oder? Na, mach mal so!